Surah 1, Al-Fatihah, die Eröffnende Die Surah ist mechanisch und beinhaltet sieben Verse. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Satan. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Al-Abarma, dem Barmherzigen. Dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg Den Weg derjenigen, den du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der irregehenden. Surah 78, Al-Nabba, die Kunde. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet 40 Verse. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Wonach fragen sie sich? Nach der gewaltigen Kunde. Über die sie sich uneinig sind. Keineswegs, sie werden es noch erfahren. Und sie werden es noch erfahren. Abermals keineswegs, sie werden es noch erfahren. Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstatt gemacht? Und die Berge zu pfehl? Und wir haben euch als Paare erschaffen. Und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. Und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht. Und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht. Und wir haben über euch sieben feste Himmel aufgebaut. Und wir haben einen hellglühenden Leuchtkörper gemacht. Und wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen. Um damit Korn und Gewächse hervorzubringen. Und dicht bestandene Gärten. Gewiss, der Tag der Entscheidung ist eine festgesetzte Zeit. Der Tag, da ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt. Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden. Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt. Für diejenigen, die das Maß an Frevel überschreiten, eine Heimstatt. Lange Zeiten darin zu verweilen. Sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten. Außer heißem Wasser und stinkender Brühe. Als angemessene Vergeltung. Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung. Und erklärten unsere Zeichen hartnäckig für Lüge. Doch alles haben wir schriftlich erfasst. So kostet, wir werden euch nur die Strafe mehren. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben. Und prächtige gleichaltrige weibliche Wesen. Und ein stets voller Becher. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge. Dies als Belohnung von deinem Herrn, als hinreichende Gabe. Dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Al-Erbama. Sie verfügen nicht darüber, vor ihm zu reden. Am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen. Sie werden nicht sprechen, außer wem der Al-Erbama es erlaubt und für Richtiges sagt. Das ist der wahrhaftig eintreffende Tag. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Wir warnen euch ja vor naher Strafe. Am Tag, da der Mensch schauen wird, was seine Hände vorausgeschickt haben und der Ungläubige sagen wird, wo wäre ich doch Erde. Suratun-Nasi'at, Mekkiyah, wa ayatuhha sittatun wa arbaun. Surah 79, Al-Nasi'at, die Entreißenden. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet 46 Verse. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Bei den mit Heftigkeit Entreißenden. Und den leicht herausziehenden. Und den unbeschwert dahingleitenden. Den allem vorauseilenden. Am Tag, da das Zittern einsetzt. Und das nächste hinterher folgt. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Und ihre Blicke werden demütig sein. Sie sagen, sollen wir denn wirklich aus den Gräbern zurückgebracht werden? Wenn wir zu verrotterten Knochen geworden sind? Sie sagen, das wäre dann eine verlustreiche Wiederkehr. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Als sein Herr ihn im geheiligten Tal Toa rief. Geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern? Und dass ich dich zu deinem Herrn recht leite, sodass du gottesfürchtig wirst? Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Er aber erklärte es für Lüge und widersetzte sich. Hierauf kehrte er den Rücken und ging eilig weg. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Da ergriff Allah ihn als warnendes Beispiel für das Jenseits und das Diesseits. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurecht geformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Er hat aus ihr ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen. Und die Berge, er hat sie fest gegründet. Dies als Niesbrauch für euch und für euer Vieh. Wenn dann der größte überwältigende Umsturz kommt, Am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat, Und zum Erscheinen gebracht, wird der Hüllenbrand für jeden, der sieht, Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten, Und das diesseitige Leben vorgezogen hat, Gewiss, so wird der Hüllenbrand ihm Zufluchtsort sein. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn gefürchtet Und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, So wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß feststehen wird. Was hast du über sie zu erwähnen? Zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Du bist nur ein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Am Tag, da sie sie sehen, wird ihnen sein, Als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Surah 80, Abasa, erblickte düster. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet 42 Verse. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Er blickte düster und kehrte sich ab. Weil der Blinde zu ihm kam. Was lässt dich wissen? Vielleicht läutet er sich. Oder bedenkt, sodass ihn die Ermahnung nützt. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält. So widmest du dich ihm. Obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt. Und dabei gottesfürchtig ist. Von dem lässt du dich ablenken. Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern. Erhöhten und rein gehaltenen. Durch die Hände von Entsandten. Edlen Frommen. Tod dem Menschen. Wie undankbar er ist. Woraus hat er ihn erschaffen? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Und den Weg hierauf macht er ihm leicht. Und wenn er ihn sterben lässt, bringt ihn dann ins Grab. Und wenn er ihn schaue, dann schaue er. Und wenn er will, lässt er ihn auferstehen. Keineswegs. Er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Wir gießen hier Güsse von Wasser. Und wir schaue der Mensch. Und wir schaue der Mensch. Hier auf spalten wir die Erde in Spalten auf. Und wir schaue der Mensch. Und wir schaue der Mensch. Und lassen dann auf ihr Korn wachsen. Und Rebstöcke und Grünzeug. Und Ölbäume und Palmen. Und Gärten mit dicken Bäumen. Und Früchte und Futter. Als Niesbruch für euch und für euer Vieh. Wenn dann der betäubende Schrei kommt. Am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder. Und seiner Mutter und seinem Vater. Und seiner Gefährtin und seinen Söhnen. Jeder Mann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen. Lachen und sich freuen. Und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein. Und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 29 Verse. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzi. Wenn die Sonne umschlungen wird. Und wenn die Sterne verstreut werden. Und wenn die Berge versetzt werden. Und wenn die Trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden. Und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden. Und wenn die Seelen gepaart werden. Und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird. Und wenn die Blätter aufgeschlagen werden. Und wenn der Himmel abgezogen wird. Und wenn die Hülle angefacht wird. Und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird. wird eine jede Seele erfahren was sie vorgebracht hat. Nein ich schwöre bei den sich verbergenden. Den dahinziehenden und sich wieder zeigenden. Und bei der Nacht wenn sie anbricht. Und bei der Nacht wenn sie anbricht. Und bei dem Morgen wenn er Atem schöpft. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones in Ansehen. Muta'in thamma amin. Dem man dort gehorcht und dem vertrauenswürdig ist. Und euer Gefährte ist kein Besessener. Und er hat ihn ja am deutlichen Gesichtskreis gesehen. Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und es sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans. Wo geht ihr denn hin? Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Für jemanden von euch, der sich Recht verhalten will. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Weltenbewohner. Sura 82 Al-Infitar, das Zerbrechen. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 19 Verse. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen. Wenn der Himmel zerbricht. Und wenn die Sterne sich zerstreuen. Und wenn die Meere gesprengt werden. Und wenn die Gräber durchwühlt werden. Wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Der dich erschaffen und dabei zurecht geformt und wohl gebildet gemacht hat. Und dich, in welcher Gestalt er wollte, zusammengefügt hat. Und dich, in welcher Gestalt er wollte, zusammengefügt hat. Keineswegs, vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt. Kiramen Katibin Edle, die alles aufschreiben. Und die wissen, was ihr tut. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Hüllenbrand sein. Dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden. Und dem sie nicht abwesend sein werden. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Abermals, was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag. Und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 36 Verse. Im Namen Allahs des Allabamas des Barmherzigen. Wehe den des Maßkürzenden. Die, wenn sie sich vor den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen. Und wenn sie ihnen zumessen oder wegen Verlust zufügen. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden? Zu einem gewaltigen Tag. Am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner Willen aufstellen werden. Keineswegs. Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijin. Und was lässt dich wissen, was Sijin ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Die den Tag des Gerichts für Lüge erklären. Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und an Sünder ist. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der früheren. Keineswegs. Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Keineswegs. Sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Hierauf werden sie bestimmt dem Hüllenbrand ausgesetzt sein. Hierauf wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Keineswegs. Das Buch der Frommen ist wahrlich in Sijin. Und was lässt sich wissen, was El-Liyun ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. In das die Allah nahe gestellten Einsicht nehmen. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Auf Überdachten liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. Dessen Siegel Moschus ist. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen. Und dessen Beimischung Tasnim ist. Aus einer Quelle, aus der die Allah nahe Gestellten trinken. Gewiss. Diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese gehen für wahr in die Irre. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Heute aber lachen diejenigen, die glauben über die Ungläubigen. Auf überdachten liegen gelähmt und blicken um sich. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Für diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Wenn der Himmel sich spaltet. Und wenn die Erde ausgedehnt wird. Und wenn die Erde ausgedehnt wird. Und herauswirft, was in ihr ist und sich entleert. Und auf ihren Herrn hört, und es ist ihr rechtens für sie. O du Mensch, du mühst dich hart zu deinem Herrn hin, und so wirst du ihm begegnen. Was nun niemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird. Der wird einer leichten Abrechnung unterzogen. Und er wird erfreut zu seinen Angehörigen zurückkehren. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird. Der wird nach Vernichtung rufen. Und der Feuerglut ausgesetzt sein. Er war ja froh inmitten seiner Angehörigen. Er meinte ja, dass er nicht zurückkehren würde. Ja doch, gewiss. Sein Herr sieht ihn wohl. Nein, ich schwöre beim Abendrot. Und der Nacht und dem, was sie zusammentreibt. Und dem Mond, wenn er voll geworden ist. Ihr werdet eine Schicht nach der anderen besteigen. Und wenn ihnen der Koran vorgelesen wird, sich nicht niederwerfen. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, erklären ihn für Lüge. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie in ihren Herzen für sich behalten. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. So verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 22 Verse. Im Namen Allahs des Allerbarmas des Barmherzigen. Beim Himmel mit den Türmen. Und dem versprochenen Tag. Und dem Zeugen und dem Bezeugten. Tod sei geweiht den Leuten des Grabens. Des Feuers mit dem vielen Brennstoff. Als sie daran saßen. Und sie waren, was sie den Gläubigen antaten. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Denn diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Denn diejenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun, für sie wird es Gärten geben durch Eid von Bächen. Das ist der große Erfolg. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Und er ist der allvergebende und liebevolle. Der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen? Fir'aun und Thamud. Fir'auns und der Thamud. Aber nein, diejenigen, die unglaublich sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen Herr, sie umfassend. Nein, vielmehr ist es ein Ruhmvoller Koran. Auf einer wohlbehüteten Tafel. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 17 Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Beim Himmel und dem Pochenden. Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Es ist der durchbohrend helle Stern. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen. Das zwischen der Lände und der weiblichen Brust hervorkommt. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden. Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Beim Himmel mit der Wiederkehr. Und der Erde mit ihren Sprüngen. Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Er ist kein Scherz. Sie wenden eine List an. Und ich wende eine List an. So lasse den Ungläubigen noch Zeit, lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 19 Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Und der die Weile hervor bringt. Und der die Weile hervor bringt. Und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. Wir werden dich lesen lassen. Und dann wirst du nichts vergessen. Außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und wir werden dir den Weg zum leichteren leicht machen. So ermahne, wenn die Ermahnung nützt. Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist. Meiden aber wird es der Unseligste. Der den größten Hüllenfeuer ausgesetzt sein wird. Darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert. Und des Namens seines Herrn gedenkt. So betet er. Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor. Während das Jenseits besser und beständiger ist. Dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten. Den Blättern Ibrahims und Musas. Suratul Ghashiyah, Mekkiyah, wa ayatuha sittatu wa ishrun. Surah 88 Al Ghashiyah, die Überdeckende. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet 26 Verse. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hal ataka hadithun Ghashiyah. Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen? Kujuhun yawma izin Ghashiyah. Die einen Gesichter werden an jenem Tag demütig sein. Aamilatun nasibah. Sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt. Tasla naran hamiyah. Einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Tusqa min aynin aniyah. Und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Spaß geben außer aus trockenen Dornen. Die weder Fett machen noch gegen den Hunger nützen. Kujuhun yawma izin na'imah. Die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein. Lisa'iha radiyah. Mit ihrem Bemühen zufrieden. Fii jannatin aliyah. Und in einem hohen Garten. La tasma'u fiiha laghiyah. Worin sie keine unbedachte Rede hören. Fii jannatin aliyah. Fii jannatin aliyah. Darin gibt es eine fließende Quelle. Fii jannatin aliyah. Fii jannatin aliyah. Darin gibt es erhöhte Liegen. Wa akwabun maudu'ah. Und hingestellte Trinkschalen. Wa namalikum asfufa. Und aufgereihte Kissen. Wa zarabiyum abthufa. Und ausgebreitete Teppiche. Afala yanzhuruna ilal ibli kaifah kuliqat. Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Wa ilas samai kaifah rufi'at. Und zum Himmel, wie er empor gehoben worden ist. Wa ilal jibali kaifah nusibat. Und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind. Wa ilal ardi kaifah sutihat. Und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist. Fadhakkir innama antamudhakkir. So ermahne. Du bist nur ein Ermahner. Lasta alayhin bimusayqir. Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Illa man tawalla wa kafar. Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist. Fa yu'azibuhu Allahu al-Azaba al-Akbar. Den straft dann Allah mit der größten Strafe. Inna ilayna iyabahum. Gewiss. Zu uns ist ihre Rückkehr. Thumma inna alayna hisabahum. Und gewiss. Hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Surat al-Fajr, Mekkiyah wa ayatuha thalathun. Surat 89 al-Fajr, die Morgendämmerung. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 30 Verse. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Wal Fajr. Bei der Morgendämmerung. Walayalin ashr. Und den 10 Nächten. Wal shafi wal watr. Und dem geraden und dem ungeraden Tag. Wal layli iza yasr. Und der Nacht, wenn sie fortzieht. Wal fi thalika qasamu lizi hijjr. Ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt? Alam tara kaife fa'ala rabbuka bi'ad. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Ad verfuhr? Iramazat al-Imad. Mit Iram, mit den Stützen. Alati lam yukhlaqo missluha fil bilad. Dergleichen. Dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen. Wa thamud al-lazina jabu s-sakhra bil wad. Und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushüllten. Wa fijj'auna fil awtad. Und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle. Al-lazina tagau fil bilad. Die sie alle das Maß an Frevel in den Landstrichen überschritten. Und darin viel Unheil stifteten. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus. Gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wundervolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich der Schmach aus. Keineswegs. Vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig. Und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an. Und ihr verzehrt das Erbe, ja ihr verzehrt es ganz und gar. Und ihr liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn voll und ganz. Keineswegs. Keineswegs. Wenn die Erde eingeebnet, ihr Blatt eingeebnet wird. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. An jenem Tag wird der Mensch bedenken, wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen. Er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft. Und niemand wird fesselt, so wie er fesselt. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast. Kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgab. Sura 90 Al-Balad, die Ortschaft. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 20 Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft. Wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast. Und bei einem jeden Erzeuger und dem, was erzeugt. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Müsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht? Eine Zunge und zwei Lippen. Und ihn beide Hochebenen geleitet. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven. Oder zu speisen am Tag der Hungersnot. Eine Weise, die einem nahe ist. Oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Und dass man hier auch zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Das sind die Gefährten der rechten Seite. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. über ihnen liegt an sie einschließendes Feuer. Sura 91 Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 15 Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Und dem Mond, wenn er ihr folgt. Und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. Und der Nacht, wenn sie sie überdeckt. Und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat. Und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurecht geformt hat. Und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Die Samud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Als der Unseligste von ihnen sich erhob. Allahs Gesandter sagte zu ihnen, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigen ihn der Lüge. Und so schnitten sie ihr die Seen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder. Und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Und er, Allah, fürchtet nicht die Folge davon. Nach dem Angesicht seines höchsten Herrn. Und er wird wahrlich zufrieden sein. Die Sura ist mechanisch und beinhaltet 21 Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt. Und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint. Und dem, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat. Euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist. Und das Beste für wahr hält. So werden wir ihm den Weg zum leichteren Leicht machen. Was nun jemanden angeht. Was nun jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält. Und das Beste für Lüge erklärt. So werden wir ihm den Weg zum schwereren Leicht machen. Und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt. Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung. Und uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits. So habe ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert. Dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird. Der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden. Der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste. Sondern er handelt, um trachtet, um trachtet. Suratudduha Makiya wa Ayatuha Ihdasha Surat 93 Abduha die Morgenhelle Die Surah ist mechanisch und beinhaltet elf Verse. Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet? Und dich arm gefunden und dann reich gemacht? Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet acht Verse. Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Haben wir dir nicht deine Brust aufgetan? Und dir deine Last abgenommen? Die deinen Rücken niederdrückte? Und dir dein Ansehen erhöht? Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Wenn du fertig bist, dann strenge dich an. Und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Surah 95 Surah 95 Und den Berg Sinin Und den Berg Sinin Und dieser sicheren Ortschaft Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Außer denjenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Bei Allah, nein. Suratul Al-Alaq, Makkiya, wa Ayatuhat 17 Surah 96 Al-Alaq, das Anhängsel. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet 19 Verse. Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Iqra' bismi rabbika, alladhi khalaq Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Khalaq al-Insana min alaq Den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Iqra' wa rabbukal akram Lies und dein Herr ist der Edelste. Iqra' wa rabbukal akram Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Iqra' wa rabbukal akram Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Iqra' wa rabbukal akram Keineswegs. Der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Iqra' wa rabbukal akram Dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Iqra' wa rabbukal akram Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Iqra' wa rabbukal akram Siehst du denjenigen, der abhält? Iqra' wa rabbukal akram Einen Diener, wenn er betet? Iqra' wa rabbukal akram Siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt? Iqra' wa rabbukal akram Oder die Gottesfurcht gebetet? Iqra' wa rabbukal akram Siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Iqra' wa rabbukal akram Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Iqra' wa rabbukal akram Keineswegs. Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ziehen Einer Stirnlocke, einer Lügnerischen, einer verfehlt Handelnden So soll er doch seine Genossen rufen Wir werden die Höllenwache rufen Iqra' wa rabbukal akram Keineswegs. Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah Surat Al-Qadr Surat Al-Qadr Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Surah 98 Al-Bayena, der klare Beweis. Die Surah ist medinensisch und beinhaltet acht Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Gützendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis das der klare Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest. In denen rechte Schriften sind. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Gewiss, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Gützendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Gewiss, diejenigen aber, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun, das sind die besten Geschöpfe. Gesamtinnen und und Rechtschaffende Werker die Gärten Edens, durch Eid von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat wohlgefallen an ihnen und sie haben wohlgefallen an ihm. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Surah 99, Al-Salzala, das Beben. Die Surah ist medinensisch und beinhaltet acht Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dann Herr es ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt hinauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Surah 100 Al-Adiyat, die Rennenden. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet elf Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, bei den Schnaubentrennenden, den mit ihren Hufen Funken schlagenden, den am Morgen angreifenden, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist? Und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist? Ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein. Surah 101 Al-Qari'ah, das Verhängnis. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet elf Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Al-Qari'ah, das Verhängnis. Mal-Qari'ah, was ist das Verhängnis? Und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist? Am Tag, da die Menschen wie flatternde Motten sein werden. Und die Berge wie zerflockte, gefärbte Wolle sein werden. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind? So wird er in einem zufriedenen Leben sein. Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind? Dessen Mutter wird ein Abgrund sein. Und was lässt dich wissen, was das ist? Ein sehr heißes Feuer. Surah 102 Al-Qari'ah, die Vermehrung. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet acht Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Die Vermehrung lenkt euch ab. Bis ihr die Friedhöfe besucht. Keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Abermals, keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Ihr werdet ganz gewiss, den Höhlenbrand sehen. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf, werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Surah 103 Al-Asr, das Zeitalter. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet drei Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Außer denjenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun, und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen, und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Surah 104 Al-Humazah, der Stichler. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet neun Verse. In Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt. Der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer. Das Einblick in die Herzen gewinnt. Gewiss, es wird sie einschließen. In langgestreckten Säulen. Suratul Fil Mekkiyah und Ayatul Ha-Khams Surat 105 Al-Fil, der Elefant. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet fünf Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Lies er nicht ihre List verloren gehen? Und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen? Die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen? Und sie so wie abgefressene Halme machte? Suratul Quraish Mekkiyah und Ayatul Ha-4 Surat 106 Quraish Die Surah ist mechanisch und beinhaltet vier Verse. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Für die Vereinigung der Quraish. Ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Suratul Ma'un Mekkiyah und Ayatul Ha-7 Surat 107 Al Ma'un, die Hilfeleistung. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet sieben Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen Siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Das ist derjenige, der die Weise zurückstößt. Und nicht zur Speisung des Armen anhält. Wehe nun den Betenden. Denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen. Und die Hilfeleistung verweigern. Surat al-Kawthar, Mekkiya wa Ayatuha thalath. Surah 108 al-Kawthar. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet drei Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen Wir haben dir ja Al-Kawthar gegeben. So bete zu deinem Herrn und Opfer. Gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt. Surat al-Kawthar, Mekkiya wa Ayatuha sidd. Surah 109 al-Kawthar, die Ungläubigen. Die Surah ist mechanisch und beinhaltet sechs Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Qul ya ayyuhal kafirun. Sag, o ihr Ungläubigen. La a'abudu ma ta'abudun. Ich diene nicht dem, dem ihr dient. Und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr gedient habt. Und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ Euch, eure Religion und mir, meine Religion. Surat al-Nasr, Madaniya wa Ayatuha thalath. Surah 110 al-Nasr, die Hilfe. Die Surah ist medinensisch und beinhaltet drei Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Und du, die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Dann lob, preise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Gewiss, er ist treue annehmend. Surah 111 al-Masr, die Palmfaser. Die Surah ist medinensisch und beinhaltet fünf Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs. Und zugrunde gehen soll er selbst. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein. Und auch seine Frau, die Brennholzträgerin. Um ihrem Hals ist ein Strick aus Palmfaser. Surah 112 al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Die Surah ist mekanisch und beinhaltet vier Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Sag, er ist Allah, ein Einer. Allah, der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich. Surah 113 al-Falaq, der Tagesanbruch. Die Surah ist mekanisch und beinhaltet fünf Verse. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs. Vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat. Und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen. Und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Surah 114 al-Nas, die Menschen. Die Surah ist mekanisch und beinhaltet sechs Verse. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Qul a'udhu birabbin naas. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen. Malikin naas. Dem König der Menschen. Ilahin naas. Dem Gott der Menschen. Vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers. Der in die Brüste der Menschen einflüstert. Min al-Jinnati wa'l-Nas. Von den Jinn und den Menschen. Der in die Brüste der Menschen. Vielen Dank.